Jo Freunde, was geht damit? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im wohl heutigen Video werde ich euch einen brandneuen XP-Glitz zeigen. Wie vielleicht viele von euch wissen, endet schon in einigen Wochen die Season hier in Fortnite. Und deswegen habe ich mir gedacht, bringe ich für euch heute dieses Video, um nochmal ordentlich zu leveln für den Battle Pass in dieser Season. Ich bin der Timo und ich lade für euch immer die neuesten XP Glitches hoch, sobald es einer gibt. Wenn du also heute neu bist und du kein einziges Video mehr verpassen willst, dann abonniere doch gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Für den maximalen Support, falls du mich unterstützen möchtest, dann trage doch gerne meinen Creator Code der Timo im Itemshop ein. Kurs geht dafür schon mal raus. Jetzt werde ich gar nicht mehr lange darüber wegreden, Leute. Wir gehen jetzt nämlich in die Kreativ-Modus-Map rein. Das Ganze funktioniert nämlich wieder über eine Kreativ-Modus-Map. Und jetzt, Freunde, würde ich sagen, viel Spaß im Video. Wir fangen jetzt nämlich an. By the way, Freunde, kommentiert, wie gesagt, noch so oft für mich, die kommen eh bekannten in die Kommentare. Dann könnt ihr mit viel Glück ein paar Sachen aus dem Itemshop gewinnen. Und jetzt viel Spaß im Video. Wir fangen jetzt Will Talk an. Let's go. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.